Wenn man die Powerplay hatte und die Verlängerung hatte, dachte ich, Jungs, bitte, hauen Sie rein. Ich musste plötzlich aufhören mit diesem Ding denken. Ich bin froh, es hat am Schluss gewonnen. Und die Emotionen lassen sich vergleichen wie beim letzten Titel in Bern? Ja, es ist ähnlich. Wir sind in einem Auswärtsstadion. Es ist momentan eine super Stimmung. Wir gehen jetzt ins Hallenstadion, und dann spürt man erst von den Tönen her, wie cool das ist. Ich weiß immer, was zu tun, wenn ich auf den Eis stehe. Und wenn ich auf die Seite schaue, ich habe einfach alles in. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist unglaublich. Wenn ich das gewonnen habe, wir gewinnen. Und die Nerven geht einfach raus. Und ich mache einfach das, was ich will. Du warst mir vor einem dieser Tönen. Ich weiß, weil ich so glücklich war. Es war nicht, weil ich wusste, dass ich gewonnen habe. Es war einfach ein tolles Moment. Es war ein tolles Moment. Und ich will das für den Rest meiner Leben erinnern. Also, warum nicht schreien? Ich wollte das so lange. Und jetzt hier in Klota, das ist unbeschreiblich. Ich meine, du bist noch ausgepfiffen worden. Die Leute haben nicht so den Plausch gehört, abgadiert. Zumindest die Klota-Fans nicht. Hat die das gestört oder aufgeheizt? Die haben mich geliebt, oder? Ich meine, ich habe immer gedacht, sie lieben mich hier. Aber ich meine, mich hat es motiviert. Ich habe es geil gefunden. Und klar, pfeift sich ein wenig. Es gehört dazu. Ich meine, ja. Wie lange feierst du heute noch? Ja, so weit, wie wir meine Füsse tragen. Ich sage jetzt mal, ja. Du bist schon einer, der gut feiern mag, oder? Ja, nur weil ich habe keinen roten Kopf auf dem Eis. Ich könnte mir das meinen. Aber ja, man wird älter. Und man wünscht dich, man wird schleuer. Aber manchmal auch nicht, ja. Der Thrashtog in der zweiten Pause, hast du mitgekriegt? Von Erik Blum. Von wem? Von Erik Blum, der Thrashtog. Ja, was hat er gesagt? Er hat gesagt, er solltest noch ein paar Haarschäleien tun. Fucking Beauty. Ja, der Blum hat gesagt. Der Medienblum. Der Erik Ray Medienblum. Ja, ich weiss nicht, wer das ist. Ja, soll er sagen, was er will. Ich meine, er ist wieder mal Zweiter. Bis in den Ersten. Der Phantasmus 6 8